Ich wollte jetzt erstmal so schnell beschädigen, dass es alles klappt sozusagen. Und ich bin dazu, ich war jetzt ein paar Tage nicht online. Aber ich überleg mir das und shoppe ich mir das online in den nächsten Tagen. Und dann schreibe ich den Fonds auf. Okidoki, cool! Jo, mach ich! Tschüss! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott!